Herzlich Willkommen bei Let's Play Together Formel 1 2012 mit Barzian LP und de Zotos. Yo, ha, was war das doch für ein schönes Rennen im letzten Part. Ja, das war ein Mist-Rennen. Wir sind in China, China, China. Und es regnet, natürlich, was auch immer. Das gefällt dir natürlich. Überhaupt nicht. Es steht Regenwahrscheinlichkeit 10%. Im Rennen? Du kannst ja auch, wenn du jetzt hier rüber gehst, wenn du auf den Hauptmonitor klickst und dann einen nach rechts da, mit dem Stick, siehst du, dass es morgen auf jeden Fall trocken bleibt. Achso, das ist für morgen. Beim Qualifying ist es 10%. Genau, morgen ist 0%. Das heißt, vielleicht bleibe ich einfach mal ein bisschen drin im Qualifying. Ne, ich fahre mal raus. Ich muss auch die Strecke kennenlernen, aber ich glaube, ich werde schon mit Intermediates losfahren. Ich fahre mit Regenreifen los. Weil die Strecke bleibt die zwei Runden sicher noch völlig nass. Vielleicht überlege ich wirklich da noch ein bisschen. Gucken wir uns mal hier ein bisschen die Statistiken an zwischen Teamkollege und wir. Da haben wir Podiumsplätze ein. Juhu. Aber hier, Siege im Qualifying 0. Ja, Leute. Wollen wir schon ein bisschen rausfahren? Fahr mit Intermediates raus. Fahr mit Intermediates raus. Ich rutsche mit den Regenreifen. Gut. Intermediates sind aufgezogen. Ich kann gleich wieder reinfahren. Ich war nur der Testpilot für dich. So ist das in der Rangliste des Teams. Es ist Kaspers-Verfahren. Aber es regnet doch relativ stark, würde ich sagen. Wow. Ich bin gleich... Ich glaube, bei der Bremse funktioniert nicht, oder? Ich weiß nicht, ob Intermediates hier... Ich habe kein Grip mit dem Regenreifen. Hä? Ich habe kein Grip mit dem Regenreifen. Mit den Intermediates habe ich noch weniger. Wow. Die haben überhaupt keinen Grip. Ja, ich auch nicht. Weißt du, ob ich umwutsche? Hey, sag nicht, dass wir schon mit Trockenreifen oder so fahren können. Also, die Kurve nehme ich mit 50 kmh hier gerade. Ja, ich auch. Da, wo ich bin. Was machen wir jetzt? Da ist der erste Dreher. Da ist der erste Dreher. Aber noch nicht in die Mauer eingeschlagen. Immerhin konnte ich den Mauereinschlag verhindern. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Nochmal in die Box fahren. Bisschen chillen, Käffchen trinken. Ja, ich fahr jetzt sicher in die Box. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht. Fahr doch mal mit Trockenreifen raus. Nein. Es ist auf jeden Fall kein Trockenreifenwetter. Überholen die mich nicht. Sind die doof? Überhol doch. Wo ist denn da die Boxengasse jetzt schon wieder? Ja, ich habe die Boxengasse übersehen. Ein bisschen die Reifen auf Temperatur bringt. Vielleicht bringt das ja was. Paul, die Rester fährt mit direkt. Was haben denn die Leute hinter mir für Reifen aufgelegt? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade wirklich gar nicht geschaut. Also hinter mir, die fahren alle Regenreifen. Ich habe mit den Regenreifen, aber kann kaum in die Kurve fahren. Aber leg sie dir mal zu. Schau mal den Unterschied. Wollte dich nicht verarschen oder so. Du wirst es auch sehen, wie ich mich gerade anstelle in meinem Video. Es ist katastrophal. Es könnte mal aufhören zu regnen, ey, bei 10%. Wir haben bei jedem Qualifying Regen. Ja. Die scheiß Paziki-Blender da. Ist hier die Boxen-Einfahrt? Ich finde sie auch nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Wo ist sie denn? Direkt geradeaus bei der letzten Kurve, da wo die DRS-Zone ist. Geradeaus weiterfahren. Wo dieser rote Strich für die DRS-Zone ist. Aber schon bei der zweiten Geraden dann die Kurve davor, oder? Bei der Zielgeraden die Kurve davor. Vor der Zielgeraden die Kurve, genau. Okay. Ja, also bei dem Qualifying kann ich auch die Strecke nicht kennenlernen. Boah, 10 Minuten sind schon gut. Ich kämpfe richtig. Auf der Strecke herrscht ganz schön Gedränge. Die meisten Autos sind draußen. Ich fahre aber nicht mit Trockenreifen raus. Auf keinen Fall. Legst du auch die Regenreifen zu jetzt? Ja, ich probiere mal eine Runde mit den Regenreifen. Wir sind bereit. Dann kann ich dir wenigstens sagen, welche sich für mich besser anfühlen. Es hat aufgehört zu regnen, kann das sein? Nein. Ne, doch nicht. Okay. Aber ich sehe keine Wolke am Himmel. Ich auch nicht. Das war aber schon beim Start so. Okay, die Regenreifen gehen besser. Gehen sie besser? Ja. Okay. Dann wollen wir auch mal versuchen eine Runde zu fahren. Du hast ja schon eine Runde reingelegt, sehe ich gerade. Ja. Kann ich DHS schalten? Ne, DHS geht nicht. Nein, kann man nicht. Bei dem Quadrifallen kann man ja sonst DHS jederzeit anschalten, ne? Und gedreht. Heißt du jetzt Hamilton? Ne. Ne. Du haust ja aber eine schnelle Runde nach der anderen rein, oder? Ja, jetzt habe ich eine langsame Runde. Ich fahre jetzt wieder rein. So, die Temperatur ist grüßend. Der Regen hört erst den 5 Minuten auf. Die Minute ist auch das Qualifying zu Ende. Eben. So, ganz vorsichtig zu schlundigen. Wie kann ich auf wenig Benzinverbrauch stellen? Äh, hochdrücken. Ja. Benzin und dann auf Mager. Also mit dem Steuerkreuz, ne? Okay, das spart mir Benzin. Genau. Okay. Dein Benzin ist fast aus. Dein Benzin ist fast aus. 1,4 Sekunden langsamer als du. Bei der ersten Zwischenzeit. Ist ja gar nicht mal so langsam unterwegs, wa? Ja. Ich bin Erster momentan. Hast du China schon mal gefahren? Nein. Einmal. Und das, da hat es mich gecrasht und ich war gepustet. Im Online-Modus. Okay. Boah, drei Sekunden hinter dir bei der zweiten Zwischenzeit. Und die Dreher. Hat sich gedreht. Jo. Und Dreher beim, äh, wieder einfädeln. Mal sehen, vielleicht kann ich ja im Trockenen etwas besser mithalten, aber ich fürchte nicht. Kann man schon die Option für das Rennen aussuchen? Noch nicht, oder? Doch. Musst du sogar. Du kannst morgen das Setup nicht mehr wechseln. Bei Ingenieur? Ja. Schnell Setup. Schnell Setup. Da kann ich nicht draufklicken. Dann ist es schon vorbei. Dann muss man das Vorwand rausfährt machen. Du hast einen Platz verloren und stehst auf 24. Letzter Startplatz. Yeah, letzter Startplatz für den Zoho-Haus. Wirklich viel besser wird es auch nicht. Noch fünf Minuten. Noch fünf Minuten bleiben in dieser Session. Da ist noch der doofe Massa vor mir. Komm Massa, schleich dich. Wir haben Angst aus den Kurven zu rutschen, deswegen fahre ich hier so vorsichtig rum. Ja. Kein Gefühl für diese Strecke, das ist zum Kopf. Mein Metin ist auch alle. Ich fahre nochmal raus. Ja, ich muss nochmal in die Box. Ja. 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 Dann fahre ich die Runde jetzt mal fertig. Nee, ich muss in die Box. Oh, ich habe einen Rennunfall verursacht. Ach du Scheiße, sag nicht, dass du jetzt dann zurückversetzt gehst. Ja, Strafe. Na toll. Aber ich bin jetzt sowas von hinten reingefahren. Und mein Auto ist sogar heil geblieben dabei. Sehr unrealistisch. Warum bist du ihn reingefahren? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auf die Strecke gekauft. Auf einmal war da einer vor mir und die Kurve war schon rot. Also der Bremsbereich. Ja. Und dann habe ich erst angefangen zu bremsen. Dafür blühst du immer im Rennen auf. Käpt'n ist schneller als du. Du musst deine Zeiten verbessern. Ja, ja. Käpt'n ist schneller als ich. Du mich auch. So, einmal fahre ich noch raus. Man sucht wenigstens. Naja, es bringt jetzt sowieso nichts mehr. Doch. Doch, bringt sich's. Komm, fahr raus. Eine Runde, eine Runde geht sich dann aus, wenn du jetzt rausfährst. Dann hätte ich mal die anderen Reifen nehmen sollen. Und fahr die Runde auch schnell. Obwohl, na, ist was zu nass. Aus dem Training. Hä? Aus dem bisschen Training. Nein, Clea. Und Frontflug. Oh, ich habe mich auch total verbremst. Aber das macht nichts, weil ich bin ja noch nicht auf der schnellen Grundsitz. Sieht aus für Pool bei dir. In dir scheint kein anderer mit der Strecke besser klar zu kommen. Nein, ich wollte gerade in die schnelle Runde fahren. Dann hat es mich schon gedreht. Bist du auf der schnellen Runde gerade? Nein. Ich bin aber auch in der Einfahrt zur schnellen Runde. Danach bin ich wahrscheinlich wieder im Verkehr, wie ich mein Glück kenne. Noch eine Minute. Ist das hier Renntempo, was ihr hier fahrt? Oder was ist das hier? Nee, ich fahr kein Renntempo. Weg da, weg da! Und weiter. Masse, Junge. So, letzte und erste Runde, die ich jetzt versuche zu fahren. Ich habe freie Fahrt immerhin. Mal sehen, was wir hier in den Sand zaubern können. Ich bin an der Box. Momentan steht noch Platz 1 da. Ich glaube auch nicht, dass jetzt noch jemand klaut. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Ja, eineinhalb Sekunden schneller als der zweite hinter mir. Ich bin jetzt auch schon wieder eineinhalb Sekunden hinter dir. In deiner zweiten Zwischenzeit. Also, was soll diese Strecke geübt oder Ende? Gib's doch zu. Ich schau mir deine Runde an. Da bist du. Das ist eine schnelle Runde, die Runde an. Ja. Das ist eine schnelle Runde, die Runde an. So wie du heute, gerade vorher im Qualified. Einfach geradeaus. Wo hat es mich dann hingegangen? Auf Platz 14 hat es mich gefahren. Und dann noch plus 10, ja. Aber trotzdem startest du von 24, oder? Ja, eben. Yay, wie der letzte Startposition. Es läuft einfach im Qualified für mich. Ich beende dann mal meine Aufnahme und sage, bye bye. Bye bye, Leute. Jetzt.